Moin moin und willkommen zur 49. Folge Cities Skylines. In der letzten Folge habe ich ja hier angefangen die Uni zu bauen und bin auf Level 2 fortgeschritten und die Uni werde ich jetzt so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Da ich ja immer warten muss, bin ich auflevelt und das auch teilweise ganz schön lange dauert. Ich plane aber auf jeden Fall hier irgendwo in dem Bereich vermutlich als nächstes ein Stadion zu bauen und ich hatte ja gesagt, ich will auch nochmal hier irgendwo einen Bahnhof hinbauen. Im Moment fahren ja sowieso die Personenzüge genau hier meistens auf diesem äußeren Gleis lang. Ich habe da eine ganz coole Idee, glaube ich. Ich muss mal gucken, ob das passt. Und zwar muss ich dafür oder will ich dafür hier dieses Gebiet benutzen, wo ja noch Wohngebiet kommen soll. Das heißt, der Bahnhof soll eher in das Wohngebiet und dann auch in diesem Gebiet mit versorgen können. Und ja, dann müssen die halt hier mit Bus oder so rüber zur Uni, wenn die da noch hinwollen oder mit U-Bahn. Und zwar habe ich gesehen, es gibt hier so einen Bahnhof. Ähm, was war der denn? Ich glaube hierbei, mal überlegen, bei Linien. Genau, der hier. Erhöhter Umgehungsbahnhof. Dieser zur Oberfläche geöffnete Bahnhof hat zwei Bahnsteige und zwei Gleise für Expresszüge ohne Halt. So, und wenn man den mal baut, mal kurz gucken. Der hat jetzt hier oben halt vier Gleise drauf. Und die hinteren beiden sind, glaube ich, die, nee, die mittleren beiden sind die Expresszüge ohne Halt. Und wir haben ja hier auch zwei Linien. Und meine Idee ist jetzt halt, dass man das irgendwie hinkriegt, dass die mittleren beiden quasi sozusagen den Güterverkehr dann auch halt durchlassen und die anderen, ähm, dementsprechend die Personen aufnehmen. Und wenn man den dann quasi sozusagen so hinsetzt, will den aber an der anderen Seite machen, dann kann man halt noch hier unten drunter herfahren. Und das hätte auch nochmal einen Vorteil, dass dann halt dieses, ähm, Gebiet hier, das hier, das Wohngebiet, auch zu dem Bahnhof kann. Weil wir einfach die Straße hier mit der hier nochmal verbinden können. So ein bisschen schneller, als wenn die irgendwie hier hinten rum ist. Das würde ich jetzt gerne einmal ausprobieren. Das würde ich jetzt gerne ausprobieren. Und jetzt brauchen wir hier eigentlich auch noch eine neue Linie, ne? Mal sagen, wir machen hier auf diese rechte Seite von hier. Fahren, wo wollen wir rein? Hier oder eher auf die andere Seite. Ich fahre mal da hin. Nach da und dann drück. Sehr schön. Können wir da eigentlich noch was einstellen? Linie 2, ich glaube, die muss ich nicht benennen. Fein für mich und da machen wir mal den Bullet Train. Hier glaube ich auch, ja. Okay, das soll mal passen. Und ich schaue erstmal, was hier an Traffic gleich los sein wird. Sag hier vielleicht nochmal, große Straße hier Vorfahrt hat. Da fährt schon einer. Und hier die Straßen, auch mal Vorfahrt. Der fährt noch schön auf der anderen Linie, der auch. So fahren ja, die fahren hoffentlich auch immer durch die Mitte durch. Will ich mal hoffen. Da ist mein Bullet Train mit null Leuten. Ah, jetzt muss der natürlich warten. Aber der hat ja nicht lange gewartet. Ich denke, das passt schon. Ich glaube, ich da eigentlich im Einsatz zwei. Vielleicht kann ich da sogar einen runtergehen. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen nochmal ein bisschen nach der Nachfrage. Wir haben ja noch viel Industrie- und Gewerbegebiet-Nachfrage. vier Units hier rüber gehen und dann. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich glaube, ich will hier auch noch ein bisschen Industrie haben. Und vielleicht könnten wir auch nochmal sagen, dass wir hier eins von diesen einzigartigen Gebäuden bauen. Ich habe hier noch ein neues DLC-Urings-Content-Creator-Pack dabei. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Ich hatte hier noch die Idee, es gab hier so ein... meine E-Auto-Fabrik. Vielleicht könnte man die hier nochmal hinklatschen. Aber nicht unbedingt gegenüber vom Bahnhof. Was haben wir noch? Botic-Institut. Das ist so länglich. Ja, ich glaube, das mache ich mal hier hin. Dann mache ich diese Straße hier so lang. Wir parken aber schon eine Menge Autos. 303 Fahrgäste. Ganze Menge. Neuer Versuch mit diesem Gebäude hier. IT-Gebäude gehen ab. Und den Geheimdienst packe ich mal direkt vor das Einkaufs... äh, vor den Bahnhof. Brauchen wir hier noch eine Busstation. Kann eigentlich nicht schaden. Ich habe eine ganz gute Idee für eine Buslinie. Vom Bahnhof, bitte. Bis zu der Uni... äh, bis zu dem... Hub da. Dann hier bis zur Uni. Und jetzt können wir hier einmal vielleicht... noch eine Reise hier hinten machen. Da, wo auch das Stadion oder so hinkommt. Dann hier raus. Und... hier nochmal im IT-Vittel halten. Und dann wieder hier halten. Die Linie können wir nennen. Wo ist sie denn da? Farbe. Weiß haben wir, glaube ich, noch nicht beim Bus. Bahnhof. Drei. Also ein dritter Bahnhof. Dann... Bügel. Hub. Uni. Jetzt meckern die hier schon wieder rum. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Scheiße, wir brauchen mehr Studenten. Was sind... Ähm... So, wir haben... 1661 Studenten. Ich versuche jetzt mal... per Richtlinie... kostenlosen Mittagessen... mehr Leute an den Campus zu locken. Nämlich unser Problem. Wenn wir... nicht genug... gebildete Leute haben, dann können wir keine... Offices bauen. Und dann müssen wir halt andere Industrie bauen. Ich meine, wir können dann noch... Forst oder sowas machen. Aber ich will ja halt auf die generische Industrie 40... Ah, hier. Akademische... Boah, wir haben plus drei bekommen. Ich wusste gar nicht, dass man drei auf einmal dazukriegen kann. Benten. Warum steht jetzt hier plus 75? Heißt das... Ach so, das ist einfach nur... die Veränderung zum Vorjahr. Ah, okay. So. Reputationslevel angesehen. Vorher war es anerkannt. Studierengebühren 10 Euro pro Student. Wir haben eine Universitätsstatue. Eine BIP. Hatte AG. Medizinische Fakultät. Das ist die nächste Fakultät, die uns irgendwie einen Bonus gibt. Und ein Universitätsfestsaal. Und drei Werke. Ja, dann können wir mal schauen, was wir denn jetzt so brauchen. Ja, die Studenten haben wir noch. Campusattraktivität müssen wir mal ordentlich drauflegen. Und akademische Werke müssen jetzt auch nochmal drei schaffen. Klasse. Mal kurz auf Pause. Wenn ich hier nochmal auf geben klicke. Kann man die einfach kaufen oder was? Ich gehe mal hier auf Entdeckung mal und mache mal hier geben. Finanzierung gewährt. Ah, ich glaube, ich glaube, das muss man jedes Jahr wieder neu drücken. Okidoki. Dann mal einmal hier rein und erst mal schauen, was diese unsere Fakultät nochmal bringt. Gänztes Gesundheitswesen, die Anzahl der Krankenwägen und die Patientenkapazität. Okay, da muss ich mal eben schauen. Dann, wir haben ja eine Sache, ich gucke mir einmal so ein kleines, so eine kleine Arztpraxis an. Die hat 100 Patienten, 8 Wagen. Und wir haben dann noch so ein großes Krankenhaus. Das hat 530, also 108 und 530. Kostet 2, 4 und 400. Dann brauche ich mal schnell die Fakultät. Ich schmeiße die gleich nochmal woanders hin, aber ich vergesse ich nachher wieder die Werte. Die, äh... Satz. Lass mal da hin. Mal kurz auf Play gedrückt. Und... Freude, hallo? Ja, da. Hier hat sich was geändert. 575 und 34 Wagen. Bei gleichen Kosten. Aber... Ah doch, jetzt hat sich's auch geändert. Hier haben wir ein Wagen mehr und 115 Kapazität. Und wir haben... Gymnasium, Basketball-Arena, Leichtathletik-Stadion, Baseball-Stadion, Voll-Stadion. Obwohl ich eigentlich sagen würde, ich finde diese offenen Dinger klar, irgendwie den Eindruck, dass das nicht so zu den bisherigen Gebäuden passen würde. Dass ich dort und auch weil der Bahnhof hier ist, glaube ich fast sogar entweder Basketball oder Schwimmen bevorzugen würde. Ich sehe nichts von der Größe. Ich glaube, ich nehme mal sogar eine Schwimmhalle. Mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Ach so wenig gibt das. Ja, was brauchen wir denn noch? Oder was können wir noch bauen? Hier kann ich noch Bauern-Statur. Vielleicht hier in der Mitte sind. Na, da muss ich da erstmal umdekorieren. Können wir die auch einfach zwei davon bauen. Eine hier. Die ein bisschen hochleveln. Und eine hier. Dann machen wir da einfach zwei Statuen. Dann haben wir ein Festsaal. Oder vielleicht sogar hier hinten bei der... beim Stahl... bei dem Schwimmding. Dann ist das vielleicht nicht so laut. Ja, ich baue den mal hier hin. Dann haben wir jetzt 835 von 900. Eine Mathe-AG. Universitätsbibliothek. Dann kann die doch mal... hier so mittig hin. Okay. Reicht das? Das reicht. Fürs nächste Level. Hervorragend. Sportrichtlinien ist neu. Die Sportteams verteilen während der Spiele kostenlose Fanartikel und organisieren Fanreisen zu Auswärtsspielen. Erhöht die Siegchancen beim Heim. Auswärtsspielen um 7%. Kosten. 180 pro Woche und Arena auf dem Campus. Mach ich mal an. Weiß gar nicht, was man hier verdienen kann. Wir müssen auch noch... Wasser legen. Ach, hier greift auch wieder dieses... kommt schon alle her. Guck mal, das sind genau die gleichen... Sicherheitspersonal. Wenn ich das anmache, ist das dann auch hier bei dem Stadion an. Ja, okay. Das sind genau die gleichen. Vielleicht mache ich hier doch dann mal die einzigartige Fabrik, wenn ich da haben wollte. Das wäre doch auch mal eine Idee. Dann testen wir das damit mal. Bis werft. Würde die hier eine Spitze haben oder eher hier so ein bisschen seitlich. Ich weiß gar nicht, ob die dann nachher da rausfahren. Ich glaube, ich mache die mal hier hin. Ich habe das mal gesehen. Die kann man so ein bisschen grafisch hier drinnen sehen. Also nach meinem Verständnis müssen die dann auch da rausfahren. Ja, jetzt noch die Frage. Kann ich... will ich hier noch so eine Unterführung haben? Oder soll dieses Teil einfach von dieser langen Straße hier beliefert werden? Ich glaube, ich müsste sowieso einmal... diese Straße natürlich nochmal hier durchgeben. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen hier Schnittholz, Plastik, Glas und Metalle. Das sind alles vier eigens hergestellte Waren. Dann brauchen wir eigentlich vier normale Lagerhäuser. Und wir brauchen Holz, Plastik, Glas und Metalle. So, Plätze sind gut gefüllt hier. 682. Ui, was geht denn hier ab? Wo wollen die denn bitte alle hin? Ach, guck mal. Die sehen alle so aus, als wollen die... Parkschach fällt. Warte mal. Hä? Wie geht er denn jetzt bitte hin? Okay, krass. Die fahren von hier mit dem Bus. Ich dachte erst, die würden alle zu dem Spiel wollen. Weil die alle so gleich aussehen, aber nee. Scheinbar fahren wir jetzt mit dem Bus zu dem Unihub. Und von dem Unihub dann gegebenenfalls... ...ja, nochmal irgendwie per U-Bahn hierhin oder so. Abgefahren. Ah, wir haben das erste Spiel gewonnen. Hierfür haben wir auch 33.000 bekommen. So wie bei dem anderen Spiel. Das ist ja gar nicht so wenig. Oh, wir machen gerade plus 60.000. Was geht denn ab? Ach so, ähm, ja, fast vergessen. Ich habe ja auch noch das Japan DLC. Äh, das Japan Content Creator Pack mit reingenommen. Grund, warum ich das reingenommen habe, ist, ich wollte eh, ja, nach und nach die Content Creator Packs reinnehmen. Und ich habe mich für dieses entschieden. Weil hier relativ viele Gebäude mit so Parkplätzen noch dabei sind, die zwar nicht vielleicht ganz hilfreich. Das sind ja hauptsächlich so Essensläden, also asiatische Einkaufsläden, sowas in die Richtung. Dann gibt es so ein paar Bezirke, die sehen so ein bisschen dunkel aus. Und da dachte ich mir, vielleicht kann man die so als Puffer machen. Zwischen diesem, ja, doch freulichen Gebiet hier und dem Wohngebiet. So insbesondere zum Beispiel, wie kann ich das mal zeigen, das hier. Das hat halt so farblich genau den gleichen Charme wie dieses Industriegebiet hier. Ist dann aber, ja, ein Touristengebäude. Und haft dann halt die Wohngebiete hier. Und das dachte ich, die können wir halt gut hier zwischenlegen. Und ich wollte ja sowieso vielleicht diesen linken Teil hier nochmal umbauen. Gibt es noch so, ja, ein paar ähnliche nach dem Prinzip. Gibt aber auch hier so drei so Wolkenkratzer. Die sind echt relativ groß. Oder werden immer größer. Guckt. Gut, also das ist schon ein Monster, das große Ding hier. Anderen großen Gebäude, ja. Also, schaut die nochmal eben selbst diesen Fernsehturm hier von der Größe weg. Und dann gibt es noch sowas wie Bahnhofskaufhaus, Bahnhofseinkaufszentrum. Und ansonsten gibt es noch so einen japanischen Tempel. Der sieht ganz cool aus. Da muss ich mir nochmal was Besonderes überlegen. Und neben diesen vier Dingern gibt es dann noch ein neues Krankenhaus. Das ist ein... Das hat, glaube ich, die gleichen Stats wie so ein normales Krankenhaus. 500 Kapazität, 2400 Kosten. Halt in so einem japanischen Stil, sage ich mal. Ich weiß zwar nicht, wie die Krankenhäuser in Japan aussehen, aber... Ah, wir sind hier... Plus vier akademische Werke. Studenten minus... Ach du Kacke. Ja, hier 15 Euro pro Student. Da ist nochmal gut was draufgekommen. Universitäts-Auditorium, Universitätsbuchladen und Universitätslabor. Sponsorenverträge. Örtliche Unternehmen bieten an, das Team zu sponsoren. Verringert die Unterhaltungskosten des Universitätssports auf dem Campus um 8%. Plakate erinnern sich vom Logo des Sportteams zur Sponsorenwährung. Naja, auf jeden Fall... Ja, auch ganz nett. Viele Parkplätze dabei und so. Dann... Ähm... Gibt es noch... Als letztes... Genau, das fand ich noch ganz cool. Bei Müll... Nee, hier ist das. Eine Entsorgungsanlage. Erzeugt auch Strom. Hat 27 Müllwagen. Und... Ähm... Ja, macht Strom. Hat Müllwagen und ähm... Hat einen ganz großen Radius. Aber... Gibt halt auch industriell aus. Dachte ich, vielleicht können wir die auch nochmal hierhin packen. Dann geht der rote Radius... Ein bisschen in das Gebiet rein. Und dort könnte ich dann diese neuen Japan-Dinger hinbauen. Das war so... Meine Idee. Habe ich auch... Komischerweise nie... Krankenwagen unterwegs. Und auch nie Feuerwehr. Also ich habe noch nie, seitdem ich spiele, überhaupt ein... Feuerwehrauto gesehen. Und ich weiß nicht warum, weil ich habe... Keinen Mod oder so an... Wer das tut. Und... Ich habe da extra schon mal geguckt. Ich weiß nicht, ob das Spiel deswegen auch... Einfacher ist, als es sein sollte. Aber... Ja, ich... Hatte erst gedacht, so bei dem Feuer... Gut, es kann sein, weil ich diese eine Rauchmelderrichtlinie habe. Da steht ja... Verringert die Feuergefahr erheblich. Dachte ich vielleicht, okay, vielleicht... Kein... Kein Dingens gesehen. Aber Polizeiwagen, die sind ja immer... Alle unterwegs und... Ahnung, ich habe noch nie eine Feuerwehr gesehen. Und wir haben hier null Patienten im Krankenhaus. Was ist das? Also ich baue die... Da habe ich auch nie so drauf geachtet. Aber warte mal, wir haben... Gesundheit. Ja, wir haben halt 79% Gesundheit. Kranke Bürger 19. Also es gibt... Kranke Bürger. Ich weiß nur nicht, wo sie drin sind. Zogergarten. Noch... Drei Stück. Nee. Ich will das Gebäude da haben. Arztpraxis. Pull. Hier sind null Patienten drin. Wo sind die alle? Null. Den Yoga-Garten. Auch keine drin. Da passt irgendwas doch nicht bei mir. Warum... Können hier 500 Patienten rein? Und ich habe gerade mal... Ja. 19 kranke Leute. Ein Tote funktioniert, aber irgendwie... Gesundheit und Feuerwehr funktioniert gar nicht. Eigentlich müsste ich Feuer haben. Und die dürfen sich dann sogar ausbreiten, wenn keine Feuerwehr kommt. Aber es brennt nix. Hier wird schon ein Schiff gebaut. Ein Schiff. Ja, ich habe ganz vergessen, den Campus noch weiter auszubauen. Aber ja, wir müssen ja nicht alles in dieser Folge schaffen. Ich habe schon sehr, sehr viel aufgezeichnet. Und das nochmal ein bisschen zusammenschneiden. Ich würde jetzt tatsächlich an dieser Stelle die Folge beenden. War mal wieder so ein bisschen... Mix aus allem. Bahnhof, bisschen von allem. Büros, Gewerbe, Wohngebiet, Uni, Frachtschiff, Dingsbums hier, Schiffswerft, also auch Industries, DLC. Ein ganz guter Mix, denke ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Kommentiert gerne mal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und ich bin raus. Haut rein. Ciao, ciao.